Hallo und willkommen zurück. Im letzten Clip haben wir gesehen, wie wir nach Strings suchen, in denen ein Buchstabe optional ist. Das aber reicht oft nicht aus, weil wir Wörter untersuchen, die mehrere Formen haben. Nehmen wir zur Illustration mal an, wir möchten die Verwendung des Lemmas improve untersuchen. Das heißt, wenn ich nach dem String improve suche, finde ich so im BNC Baby 154 Treffer. Es fällt natürlich sofort auf, dass wir CQP lediglich gesagt haben, finde diesen String. Wir haben dem Programm also nicht gesagt, finde auch die und die Form des Lemmas. Deshalb gibt CQP hier auch nur Belege für infinitive oder indikative Verwendungen zurück, wie zum Beispiel does not improve our relative position oder to jointly improve the system. Also fragen wir uns, was nicht gefunden wurde. Und die erste und einfachste Antwort ist, improve in der dritten Person singular, also improves. Wie wir einen optionalen Buchstaben in die Anfrage mit einbeziehen, haben wir ja im letzten Clip gesehen, also mit S und einem Fragezeichen. So findet CQP dann auch 171 Treffer inklusive von Verwendung für die dritte Person singular, wie etwa liver patient improves. Aber wieder die Frage, was wurde denn nicht gefunden? Nächste einfache Antwort, Verwendung mit ED, also Past Tense oder Partizipien zum Beispiel. In der vorigen Anfrage war das S optional und das gilt auch für das D. Denn in allen Formen, also improve, improves und improved, ist gemein, dass sie mit der Zeichenkette improve beginnen und danach ein S oder D folgen kann, aber nicht muss. Also verlassen wir wieder die Konkordanzansicht, um zur Eingabeansicht zurückzukehren. Und ich nutze hier die Pfeiltaste nach oben, um die letzte Anfrage aufzurufen und dann die Pfeiltaste nach links, um den Cursor dorthin zu bewegen, wo ich die Anfrage ändern möchte. Nämlich um dieser Kette aus improve mit optionalem S auch noch ein optionales D anzuhängen. Das heißt, CQP sucht jetzt nach der Buchstabenkette improve, gefolgt von einem optionalen S, gefolgt von einem optionalen D. Ob man zuerst S oder zuerst D als optionalen Buchstaben eingibt, spielt übrigens keine Rolle. So, dann werden 312 Treffer gefunden, inklusive der Past Tense-Verwendung und der Partizipien, aber natürlich auch adjektivische Verwendung, weil diese ja auch genau aus dieser Buchstabenkette bestehen. Wieder die Frage, reicht das, um die Verwendung des Lemmas improve zu untersuchen? Naja, das hängt vielleicht manchmal auch ein bisschen von meiner Fragestellung ab, aber zum Flexionsparadigma von Verben gehört natürlich auch die ing-Form. Ich rufe also wieder die vorige Anfrage auf, um sie so zu ergänzen, dass auch I, N und G optional sind und drücke Enter. Dann werden aber trotzdem nur 312 Treffer gefunden und wenn wir die Liste durchblättern, dann sehen wir, dass kein einziger Beleg für Improving gefunden wurde. Warum ist das so? Naja, es könnte natürlich sein, dass Improve in diesem Korpus nicht in der ing-Form vorkommt, das ist aber eher unplausibel. Also fragen wir uns, ob es nicht vielleicht an unserer Anfrage liegt. Schauen wir uns die genau an und dann sehen wir, das Problem natürlich ist, dass die ing-Form Improving kein E enthält, unsere Suchanfrage aber ein E haben möchte, weil das E nicht optional ist. Das heißt, ich kann jetzt also zurückgehen und auch das E optional machen mit einem Fragezeichen. Wenn ich das mache, dann werden 362 Treffer gefunden, inklusive der ing-Form Improving. Jetzt ist allerdings unsere Suchanfrage ziemlich unübersichtlich geworden, aber wir haben ja bisher auch nur einen Operator kennengelernt und eingesetzt. Das heißt, man kann diese Anfrage auch etwas eleganter stellen, indem man Gruppen von Buchstaben zusammenfasst. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns im nächsten Clip an.